Hallo Leute und willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte mich heute für etwas bedanken und zwar, wir haben es geschafft, wir haben die 6 Abonnenten. Ich bedanke mich bei Fire3H4WK, der mich vor 40 Stunden abonniert hat, er hat selber 13. Tombreder1609, vor 6 Tagen, er hat 3 Abos. ZockeAndy hat mich vor 3 Wochen abonniert, er hat 84 Abonnenten. Christine Hänse hat mich vor einem Monat abonniert, die hat 4 Abos. Drummondoos hat mich vor einem Monat abonniert, hat 1 Abo. Und GamesKanal hat mich auch vor einem Monat abonniert, hat 11. Joa, wenn ich euch jetzt einfach mal erzähle, dass ich den Kanal erst vor einem Monat gegründet habe, dann möchte ich mich nochmal viel sagen, an dieser Stelle. Vielen Dank. Und ohne euch wäre das nicht möglich gewesen. Es wird weitergehen, keine Angst, ich werde nicht aufhören. Weil daran, dass ich jetzt schon 6 Abonnenten habe, sehe ich, dass ich doch kein hoffnungsloser Anfänger bin. Und ich möchte wirklich sagen, vielen, vielen Dank. Macht's gut. Vielen Dank.